Leute, wir machen weiter mit, 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 Anno 1800 und die Zeitungsredaktion hat sich sofort gemeldet. Mal gucken, worum es hier geht. Oh, Kaffeeknappheit. Eine Explosion gab es irgendwo in Katzenwurf. Unsere Expedition und ihre triumphale Rückkehr wird gefeiert. Also das mit der Kaffeeknappheit. Wir arbeiten gerade am Thema. Wir arbeiten gerade dran. Also diese Nachrichten sind schlecht gealtert. Sage ich jetzt, wenn ich in die Zukunft blicke. Die werden schon in Kürze. Kaffee ist gerade im Hafen, muss nur noch gelöscht werden. Gelöscht? Achso, apropos gelöscht. Wir haben nicht nur die Waren, die werden gelöscht. Die Explosion, das war nicht so schlimm, wie man... Also das ist alles okay. Ich glaube, die Leute sind sogar total happy. Okay, nirgendwo ist das Gras so grün wie bei uns. So geht's raus. So, alles gut. Und jetzt wollen wir... Sie haben einen Fluss gewonnen. Sehr schön. Jetzt suchen wir eines unserer Schiffchen. Und zwar das Schiffchen, was den Kaffee an Bord hat. Ja, die Tintenfisch. Einmal allen Kaffee ausladen, bitte. Und jetzt wird gleich... Jetzt bekommen die Anwohner erstmal ihren Kaffee hier. Ein paar haben ihn schon bekommen. Da scheint schon die automatischen Handelsrouter angekommen zu sein. Oh, wir dürfen nicht vergessen, wir müssen auch in die... Ähm, mal ganz kurz in Dropperkabana die Bohrmaterialien ausladen. Genau, Schiff kann hier bleiben. Die hatten wir eben gebraucht hier für... Achso, genau, stimmt. Für einen Traktorhof hätten wir die kaum, glaube ich, gebraucht. Gucken wir uns nachher an. Wir gehen wieder zurück hier vorne hin. Na, Bullshaven. Wir waren eben beim Thema Öl. Achso, wir hatten die Dampfmaschine eben hergestellt. Pardon, ich muss noch kurz einen Schluck trinken, es kratzt. Und ein Bonbon reinpfeifen. Und wir schauen uns folgendes an hier. Hüste, Hüste. Und wir haben... Mal schauen, wie viele im Lager haben mittlerweile. Dafür erschienen 28. Damit kann man einen Tankhof bauen. Ich glaube, der einen zumindest. Ah, das ist... Es fängt langsam an. Die Quest war, die wir dafür hatten, im Aufgabenbuch. Und der Traktortest von dieser Ingenieurin. Wir sollen auf einer Getreidefarbe eine Traktorschäune machen. Das machen wir... Wir kümmern uns hier um alles. Das können wir hier machen zum Beispiel. Gleich hier vorne. Nummer 1. Eine Getreideform wird einmal ausgebaut. Da kommt die Traktorschäune jetzt hin. Verbraucht 10 Stück von unseren 28 Dampfmaschinen. 20 Stahl und 5000 Ocken. Ach, hübscher ist die, glaube ich, wenn man... Ich glaube, hübscher wäre es, wenn man das so macht. Oh. Hübscher wäre es, wenn man diese ganzen doofen Getreidepflanzen entfernt. So eine Getreidefarbe ist doch viel hübscher, wenn da kein einziges doofes Blatt und keine Ära. Keine Granden und keine Körner stören. Leute, der neueste Trend. Nur weil wir bei WB. Getreidefarmen ohne Getreide. Oh, ich bin stets fleißig wie eine Biene. Ein Feld bestellt sich ja nicht von selbst. Wir bauen eine neue Traktorschäune hier unten hin. Ich wollte die senkrecht stellen. Ich fand das hübscher. Einmal hier hin. Jetzt machen wir aber nochmal die Getreidefelder hier rein. Echt krass. Oh lala, ist zu klein. Na ja, normalerweise brauchen die 144. Die verbrauchen jetzt mehr. 216. Da müssen wir uns ein bisschen Platz schaffen. Wir müssen eventuell einen Getreidefarben nachher abreißen oder woanders platzieren. Wir bauen mal ein bisschen um. Öl müssen wir gleich noch holen. Einen Schritt nach dem anderen. Und so kann man das mal. Ich mach das lieber unten an. Das ist mir ein bisschen zu dafür. Hier. Kommt eigentlich bis hierhin auch Strom. Beinahe. Wir könnten die Straße sogar verkürzen. Ja, aber dann müssten wir alles umbauen. Das ist irgendwie doch. Und jetzt brauchen wir. Ja, das ist der Tutorial-Text. Jetzt brauchen wir dafür Öl. Das heißt damit. Also das wird auf Dauer nicht gut gehen. Die stellen wir gleich mal woanders hin. Also drei mit Traktorscheune. Zwei mit Traktorscheune sind effizienter als drei ohne. Weil die Traktorscheune, wenn vor Ort Treibstoff da ist, damit die Traktoren laufen, doppelt oder dreimal. Wie war das nochmal? Sind die mit doppelt oder dreifach effizienter? Ich hab's gerade vergessen. Bitte mal kurz in den Chat reinschreiben. Also zwei oder dreimal effizienter sind die. Und deshalb kann man dann ruhig eine der anderen Getreidefarben wegmachen. Hi Silvi, lieben Dank für das 13. Abo und für die liebe Begrüßung von allen anderen und von mich. Doppelt so produktiv. Also eine machen wir gleich einfach weg. Die lassen wir mal stehen. Wir nehmen dir. Die machen wir gleich weg. Die können wir auch einfach abreißen. Machen wir nachher. Einen Schritt nach dem anderen. Jetzt müssen wir hier einen Tankhof hinsetzen. Und das machen wir auf folgende Weise. Mit Trick 17. Hier kommt nachher eine Handelskammer hin. So war das geplant. Und auch haben wir keine cool Items dafür. Hier ist eine Getreidefarm. Ohne ein einziges. Da war eine Getreidefarm. Frag mich bitte nicht nach. Da muss ich mich irgendwann zu Nachtschlaf eine Stunde mal verklickt haben. In dem Bereich stehen die alle hier. Genau. Und da kommen wir nachher noch irgendwelche. Vielleicht haben wir irgendwann mal Items, die die Landwirtschaft boosten. Dafür ist das Ganze gedacht hier. So. Jetzt wollten wir noch den Tankhof bauen. Den bauen wir hier unten hin. Relativ kurz. Der kann dann hier bis in alle Richtungen fahren. Und dann holen. Ich zeige es euch mal einfach. Den können wir hier direkt rüber bauen. Glaube ich sogar. Das heißt, wir gehen einmal rein bei den. Bei der Elektrizität? Nein. Sondern bei. Wo war das nochmal? Beim Hafen. Oder wo war das nochmal? Ich muss es jedes Mal suchen gehen. Bei den Verbrauchsgütern. Treibstoff. Also Öl holen wir. Öl bringen wir per Schiene. Hier vorne hin zum Ölhafen. Wir könnten die Lagerkapazität vom Ölhafen erweitern mit dem Öllager. Ist allerdings kein Muss. Alternativ können wir den auch immer wieder ausbauen oder beides machen. Dann, das ist der Ölhafen. Hier ist alles drin. Und jetzt brauchen wir von dort eine Schienenverbindung rüber zum Tankhof. Und im Tankhof wiederum wird der Treibstoff, der da ankommt, von den LKWs der Traktorscheunen abgeholt. Vor Ort wiederum entstehen dann, um die Kette noch fortzusetzen, wenn dann die, und sobald hier dann Treibstoff da ist, spawnen, das ist so ein grafisches Gimmick, gibt es dann halt hier die Traktoren. Und die ziehen dann hier über die Felder ihre Bahnen und zeigen auch an, dass das funktioniert und dass der Bonus reinkommt. Und halt die doppelte Produktion. Dank an Baron, an Baron, 8108. Same procedure as every month. Vielen Dank für das 27. Abo. Skoll! Danke dir. Also eine, einen Tankhof können wir hier auch einfach drüber bauen. Nein, das geht nicht. Den müssen wir am Ende. Ach, den kann man noch überbauen, aber den kann man nur einmal überbauen. Der kommt mit Doppelschienen nicht klar. Mal gucken, wie wir das machen. Dann setze ich den. Setzen wir das einzelne links. Das kommt hier unten runter, das packen wir hier vorne hin. Dann legen wir die Schienen hier lang, hier runter. Hier runter. Ach. Oh, die brauchen wir auch gar nicht. Die brauchen wir auch gar keine Straße. Das wäre Quatsch. Kleiner Grafikfehler hier. Jetzt geht es hier runter. Hier runter. Jetzt bauen wir das hier weg. Jetzt kommt der Tankhof hier drüber. Oblange geht immer noch nicht. Oh, ich hätte mehr Abstand halten müssen. Ah, das ist doof. Da ist dann noch eins nach links. Gut, das wird voller Baukostenerstattung arbeiten, sonst wäre es lästig. Dann wieder einmal abreißen. Und dann wieder einmal abreißen. Jetzt kann ich es hier drüber bauen. Ah, ich muss eventuell zuerst das Teil setzen und dann die Schienen drüber. Ich glaube, so funktioniert das. Dann müssen wir das einmal hier kurz weg machen. Erst den Tankhof setzen. Genau. Dann die Schienen da durch. Jetzt klappt es. Jetzt hat es funktioniert. Toll erklärt uns das nochmal, was ich euch eben erklärt habe. Graf Drama. Vielen Dank. Erstes Abo hier. Belogen für den Grafen Drama. Was für ein sehr witziger Nickname irgendjetzt. Danke dir. So, das sollte jetzt alles passen. Also jetzt, ähm, kurze Wege sind immer beim Ödel ganz hilfreich, weil Züge knubbeln sich irgendwann. Wenn man das so dicht nebeneinander hat, kann nur ein Vorteil sein. Hier oben geht es jetzt hin. Da müsste auch gleich ein Zug langfahren. Mal gucken, wann er kommt. Achtung. Hier füllt sich langsam ein Zug anscheinend, oder? Für die Abfahrt. Kann das sein? Ja, gleich geht es zur Sache, Leute. Gleich kommt die erste Lieferung oben an. Und? Ein Tankzug. Voll mit schwarzem Gold. Für unseren einzigen Tankhof, den wir mittlerweile haben. Da kommt eine Eisenbahn an. Oh, Entschuldigung. Gleich fällt eine weg wieder. Einmal rein, einmal wieder raus. Tut, tut. Richtiger Kommentar im Chat. Goldiger Mond. Hast du einen Nagel auf den Kopf getroffen. Choo, choo. Ich sage immer, nicht bitte alle einsteigen. Weil diese Tankzüge, die Tankwaggons, die sind echt ein bisschen iggit. Würde ich keinem empfehlen, ja. Mensch, wann geht es denn hier endlich los? Ich will mal, da ist er. Der fährt zum Kraftwerk. Hey, hier lang. Zum Tankhof. Hast du nicht den Fahrplan gelesen? Unfassbar. Fährt denn niemand zum Tankhof? Will dir da niemand hin? Das ist ja unfassbar hier. Nur so ein dober Questgeber will uns irgendwas aufbrummen. Ich bin total entgeistert. Kann niemand meine Fahrpläne lesen hier? Das gibt es da gar nicht. Ich werde in dem Augenblick ruhig weggehen, was jetzt. Oder ist schon was angekommen? Nee, noch fehlende Waren. Noch nix da. Hier auch nix. Da auch nix. Dann geht es denn endlich los, ja. Dann. Ah, hier füllt sich was. Hier füllt sich der Bedarf anscheinend. Oder was bedeutet das? Wenn der voll ist, fällt er los. Der Zug wartet. Der Zug will 63 abholen. Oder entlädt er die gerade? 20. Ach, Eli, du störst. Extra Züge einsetzen. Ja, das kann man ja manuell nur schwer machen. Man kann klicken auf ölhaften ausbauen. Aber wir haben hier schon. Wir haben einen Zug hier vorne. Und die anderen kann ich nicht manuell aktivieren. Da, da fällt einer los. Das ist er. Das ist er. Es klappt. Es klappt. Da sind wir unterwegs. Ja, da kommt er an. Choo, choo. Endlich. Ja. Einmal entladen, bitte. Dann gehen auch diese roten Eikons weg. Fährt durch woanders hin. Hat er seine Waren bekommen oder ist er nur durchgefahren? Ich glaube, der hat aber einmal ausgeladen, oder? Ja, hat geklappt. Öl ist da. 50 Öl ist drin. Und die werden jetzt umgewandelt in Treibstoff. Und sobald der erste Treibstoff da ist. Hier fällt einer drüber. Der Tuckert rüber, bringt einen Treibstoff hier hin. Jetzt wird er entladen. Jetzt ist der Treibstoff da. Jetzt ist der Treibstoff umgewandelt in Traktoren. Oh, Produktivität plus 200%. 300%. Da war eben im Chat eine Fehlinfo. Es ist nicht doppelt so viel. Es ist dreimal so viel. Und weniger Arbeitskräfte. Und extra Waren. Da fährt der erste Traktor. Före ich das mal an. Da ist er. Ja. Ich will gleich noch einen haben. Bevor wir uns um irgendwas kümmern, gleich noch einen haben, bitte. Haben wir die Quest eigentlich erfolgreich absolviert? Ja, die haben wir geschafft. Wir bauen gleich noch einen. Gut, wo bin ich denn hier vorne? Zwei E-Mail. Schönen Tage auch. Das machen wir mal weg. Und den packen wir hier hin. Dann kommt auch hier eine Traktorscheune hier daneben. Aber die stellen wir dann quer. Weil schöner. Ach ne, die ist doch so schöner. Einmal so. Dann hier bitte die zusätzlichen Felder hinziehen. Hier setzen wir gleich was anderes hin. Ein Bäumchen oder was auch immer. Hier mache ich auch ein kleines Mal. Für was auch immer. Wir da gleich mal zwischenziehen. Gehen wir jetzt lang. Lücken füllen. Das ist ja krumm und schief hoch 10 hier. Schande. Ja, jetzt haben wir sieben Plätze hier frei. Das sind diese hier. Einen haben wir noch irgendwo. Können auch den hier nehmen. Und der hier vorne. Und der ist komplett. Fast komplett. Zwei nach hier hin. Die ziehen wir hier lang. Und hier kommen wir nachher noch irgendeinen Betrieb oder was auch immer einsetzen. Wir könnten sogar... Strom geht hier bis wohin? Strom geht noch ganz lange. mit den entsprechenden. Da können wir ja... Da können wir nachher sogar noch irgendein Produktionsgebäude hinsetzen. Das mit Strom versorgt wird. Eine oder zwei. Vom Kraftwerk hier vorne. Strom reicht bis hier. Da kann man da irgendwas in Dickes daneben setzen. Können sogar die Straßen hier noch ausbauen. Dann reicht der Strom noch weiter. Steine sind hier genug da. Wie weit reicht der Strom jetzt? Sollen wir noch andere Straßen schnell mal zwischendurch ausbauen? Ja, hier noch ein paar. Hier hatten wir ja viele Gebäude aufgelevelt. Das hier soll dann ein bisschen nach Innenstadt aussehen. Die Menschen lassen sie hochleben. Meiner Meinung nach ist völlig zu Recht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich finde zu Recht. Ich habe auch alles schön ausgebaut. Ich glaube nicht, dass so Handwerker bei ungepflasterten Straßen leben wollen. Das kann man denen eigentlich nicht zumuten. Oh, hier kann man sogar durchziehen. Klasse. Geht das? Geht das nicht? Müssen wir wieder abreißen. Okay. So, das haben wir doch gut hinbekommen. Jetzt haben wir zwei Getreide. Oh Gott. Ich soll mir die Beine vertreten. Danke für Bullenhorn fürs Schieren. Leute, ich soll mir die Beine vertreten, sagen die Entwickler. Euer Kommentar dazu. Aufhören, wenn es am schönsten ist. Oder sich nicht die Beine vertreten. Wie seht ihr das? Hi Marcel. Bullenhorn. Lässt mich... Cheers zwar war mein, schon ein bisschen übertrieben. Ständiges Hochleben hier. Also. Zwei haben wir hier. Produktion hier 300%. Also nicht nur verdoppelt, sondern verdreifacht. Hier nähert es sich auch dieser Grenze. Jetzt sollten wir über reichlich Getreide verfügen. Mehr als genug. Viel Luft nach oben. Alles okay. Paprika hat Problemchen im Augenblick. Weil so viele Konserven verbrauchen. Oder es sei denn, wir haben einen Überschuss an Konserven. Geht so. Wie sieht es bei Gulasch aus? Eigentlich zu viel. Dann sollte Paprika eventuell sogar ausreichen. Dann machen wir noch eine... Vielleicht machen wir auch eine Paprika-Farm hier. mit Traktor. Die ist doch hier vorne. Ja. Eine Praktika-Farm mit Traktor. Wenn ihr mal ein Praktika haben wollt. Auf unserer Praktika-Paprika-Farm. Dann könnt ihr dort Paprika-Traktor fahren. Bitte ganz schnell. WB. Gebt mir bitte ein Praktikum auf der Paprika-Farm beim Traktor fahren. Ganz schnell. Ganz schnell. Sprecht es mal laut nach. Im Ernst. Steht auf, vor allem wenn ihr schon ein kühles Blondes gerade getrunken habt. Oder ein Rotwein oder was auch immer. Könnte das jetzt die ultimative Challenge sein. Erhebt euch bitte mal von eurem Popo. Im Ernst. Kein Gag. Wirklich. Wirklich. Stellt euch alle mal rauf. Ist kein Scherz. Bitte alle mal hinstellen. Alle mir schnell nachsprechen. Dreimal. WB. Gebt mir bitte ein Praktika auf der Paprika-Farm auf dem Traktor. WB. Gebt mir bitte ein Praktika auf der Paprika-Farm auf dem Traktor. Drittes Mal. WB. Gebt mir bitte ein Praktika auf der Paprika-Farm. Gebt mir bitte ein Praktika-Farm auf dem Traktor fahren. Ganz, ganz fix. Hopp, hopp, hopp. Wer hat es geschafft und wer nicht. Wer hat es geschafft. Zu spät. Jazeli winkt ab. Rotwein wirkt schon. Swerisch. Liebe Grüße nach Schweden. Weißwein. Da kann mein Hirn nicht mehr. Echt. Ihr schaut mir beim Arbeiten zu. Ich rackere mich hier ab. Kriege ich jetzt auch ein Praktikum. Wo denn? Auf der Paprika-Farm mit dem Traktor fahren? Oder wo? Hey, zurück. Also wir wollten noch einen Praktikumsplatz hier einführen. Den setzen wir. Die brauchen nur 108. Moment mal. Das gibt doch Möglichkeiten. Wir bauen mal einen Traktorschuppen hier hin. Das sind Schlaglöcher. Passt also auf. Da kommt er hin. Dann geht es oben weit raus. Ach das. Die müssen wir nachher so komplett umbauen hier. Damit können wir auch gleich schon mal anfangen. Wir setzen mal komplett um auf. Wie viel haben wir denn mittlerweile von diesen, ähm, von den Dampfmaschinen hier? 30 Stück, Leute. Komm. 30 Stück. Lass uns doch gleich einen Nägel mit Köpfen machen hier. So, die beiden hier. Ein Traktor erschuppen hier. Einer hier vorne. Einige Felder könnten helfen. Das war komplett neu. Die Betreidefarm. Ein Traktor, zwei Traktor, drei Traktor. Ein Traktor hier. Hier oben lang. Hier rüber. Jetzt gucken wir mal, wie weit wir kommen. Das brauchen wir nicht. Einmal hier hinten lang. Ja, klappt doch. Einmal bis hier hin. Ja. Ja. Und dann Nummer zwei hier. Sehr schön. Ja, dann der Kollege hier vorne. Ja. Ja. Dann der Kollege hier vorne. Die Menschen lassen sie hochleben. Zurecht. Meiner Meinung nach absolut zurecht. Wie seht ihr das? Lässt man uns zurecht hochleben? Oder mich? Um es genauer zu sagen. Und er hat genug, er hat genug. Hier war noch ein bisschen dran arbeiten. Erstmal der Rainer. Der war fertig, ne? Und er war noch nicht fertig. Ja. Ja. Danke an Attentioni. Das ist lieb. Danke für den 25. Das ist 25. Aber an Attentioni. Einen netten Satz. Dann hier vorne. Da kommen jetzt die Paprikafelder. Oben lang, bitte. Na, das macht man ein bisschen anders. Den wollen wir nicht so stressen hier. Und dann geht der nach außen hin. Hier oben noch ein bisschen mehr. Gönnen wir ihm noch was. Ja, genau. Prima. Nämlich müssen wir hier nicht so eng bauen. Sehr schön. Können wir hier weitermachen. Da sind wir hier vorne dran. Ein Traktorschuppen daneben. Jetzt fehlen die Baukosten. Jetzt fehlen die Baumaterialien. Da müssen wir ein bisschen, ein bisschen abwarten. Die Menschen lassen sie hochleben. Meiner Meinung nach absolut zurecht. Aber wer bin ich schon? Wer bin ich schon? Da müssen wir nachher nachbauen. Sobald die, die alle da sind. Können wir schon den Rest schon mal bauen. Hier kommen nachher ein Traktorschuppen hin. Können den schon mal ein bisschen bauen hier. Nachher müssen wir noch ausbauen. Weil die mit Traktorschuppen halt mehr Felder brauchen als ohne. Oh, ich habe zu viel gebaut. Wie ist denn das möglich? Ach, weil der anscheinend schon weiter baut, auch wenn das noch nicht gebaut worden ist. Bis zu den 162. Kann das sein? Das wäre eine Komfortfunktion hier. Mal gucken, ob das klappt. Ja, wirklich. Man kann bis zu den 162 schon bauen. Das ist ja sehr praktisch. Hier machen wir das auch so. Einmal hier hin. Einmal oben ausbauen. Alles in Reichweite hier. Von der Handelskammer. Da würde dann noch eins hinpassen. Im Blaupausenmodus mal gebaut. Eine Kopie. Von der hier. Ist, wäre das hier noch? Im Bereich hiervon. Puh, was meint ihr? Schwer zu sagen, ne? Könnte hinkommen, oder? Könnte sein. Da müssen wir übrigens ein bisschen Platz freilassen. Das führt sie zu uns. Könnte hinkommen, ja. So, dann bauen wir den hier aus. Ich gehe mal aus dem Blaupausenmodus raus. Hier oben weiter. Hier oben weiter. Oben lang. Jetzt fehlt noch einer hier vorne. Den wir im Augenblick noch nicht bauen. Der steht da mal auf Vorrat. Könnte auch eine Getreideform werden. Was auch immer. Hier fehlen noch die Dampfmaschinen. Viele sind es nicht. Aber es ist einen schönen Schritt vorangekommen. Ich wette, wir ertrinken jetzt bereits in Paprika. Haufenweise. Mehr Paprika als verbrauchen. Rest passt jetzt auch überall. Getreide in rauen Mengen. Wir können sogar die ersten anderen Getreidefarmen gleich leer posieren. Können wir die zum Beispiel. Müssen ja nicht gleich alle. Ach, wir machen einfach Vorrat. Getreide herzustellen ist nicht teuer. Unten fahren die Traktoren herum. Alles schön. Das ist ein guter Schritt voran.